Das Schiff mit Kapazität 190 Passagiere und Sie sehen, dieses Schiff wird gehalten von Terroristen. Sie hören die Schüsse, Folgen ist passiert. Dieses Schiff ist heute in der Uhr um 6 Uhr an der Ungarns-Grenze kapiert worden. Der Lieben ist, der jetzt dann ist mit einem Amtskollegen aus der Zauberheilung der Zugang von Bayern übereingekommen, dass die Schiff in Österreich gestürmt wird. Sie sehen hier die Österreichischen Schiff sind zum Beispiel die Schiff mit Kapazität 192 und die Schiff wird gehalten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.